Herzlich Willkommen hier in Linz. Mein Name ist Chris Müller und ich darf hier Direktor sein. Und hier, das ist die Tabakfabrik in Linz. Das ist eine Fabrik, die zwischen 1930 und 1935 erbaut worden ist, hat 80.000 Quadratmeter Nutfläche unter Dach und eine Grundfläche von 4 Hektar. Und diese 4 Hektar sind zur Gänze versiegelt. Wir haben mittlerweile 1850 Menschen hier, bei denen die Köpfe rauchen, Kreative, denen wir uns verpflichtet fühlen. Und so haben wir begonnen, heuer schon in einem ersten Abschnitt das Klima zu verbessern. Hier pflanzen also Bäume, die die Aerosole waschen, die den Feinstoff verringern, die grundsätzlich die Atmosphäre am Areal lebenswerter, arbeitswerter machen. Und ich gebe Ihnen jetzt kurze Einblicke in unser Vorhaben. Ich zeige Ihnen dann noch den Plan. Und wir haben vor, eine, ja fast eine bionische Sphäre zu gestalten, wo Technik und Pflanzen, Technik und Natur zusammenspielen. Wir pflanzen Bäume, die hier Wurzeln schlagen, aber wir messen auch gleichzeitig mit Sensoren die Wirkweise. Wie zum Beispiel hier mit diesem Roller, in dem ein Sensor drin ist, mit dem wir genau sagen können, wie sich die Luftqualität hier am Areal ändert. Das ist sozusagen der erste Abschnitt. Und nun zeige ich Ihnen noch den zweiten Abschnitt, der sich hier hinter mir im linken Bereich verbirgt. ...